Mittwoch, 6. September, Etappe 1, bei strömendem Regen über die Pyrenäen nach Roncesvalles. Die Königsetappe des französischen Jakobswegs gleich zu Anfang meines Pilgerweges? Das kann doch nur katastrophal enden, oder? Was passiert, wenn sich ein eher wenig sportliches und vollkommen untrainiertes Karo auf den Weg macht, um 24 Kilometer zu überwinden, die sich auf bis zu 1400 Höhenmeter verteilen? Tatsächlich nicht viel, denn ich komme lebendig im Kloster von Roncesvalles an, und das, obwohl an diesem Tag eigentlich alles gegen mich spricht und ich innerlich dauerhaft am Fluchen bin. Da ich für die Pyrenäenüberquerung am ersten Tag circa neun Stunden einkalkuliert habe, will ich morgens bereits spätestens um 6 Uhr das Haus verlassen haben. Frühstück gibt es allerdings erst ab halb sieben. Der nette Herbergsvater, der Gitte Makila, hat mir aber am Vorabend meines Starts bereits angeboten, dass ich doch einfach schon um 6 Uhr zu ihm in die Küche komme und mir zumindest was zu trinken und ein paar Kekse abholen könne. So weit, so gut. Irgendwie fühle ich mich mittlerweile aber verdammt unsicher. Klar, ich hatte bei meiner Ankunft in Saint-Jean sowieso schon ganz schön Bammel vor der ersten Etappe. Aber das war längst nicht alles, denn allmählich drängt sich eine Frage immer mehr auf. 800 Kilometer Jakobsweg ohne Vorbereitung? Kann das überhaupt gut gehen? Mein Training auf den Camino Francés hat sich auf ein paar Halbtageswanderungen bei uns im Flachland Bielefeld beschränkt. Meine Wanderschuhe sind dabei für zu schwer und zu nervig befunden worden, sodass ich letztendlich meine Nikes und ein paar Sandalen eingepackt habe. Alles, was nicht unbedingt sein musste, wurde wieder ausgepackt. Verbandszeug? Wüsste ich im Ernstfall eh nicht, wie man das richtig verwendet. Regenjacke, wasserfeste Kleidung, Ohrstöpsel, Wanderstöcke? Nervt mich alles. Ergo, bleib zu Hause. Und so habe ich mich direkt im Vorfeld mehrfach für meine Wirt-schon-Schiefgehen-Art rechtfertigen müssen. Den Vogel abgeschossen hat dabei allerdings eine US-Amerikanerin. Nachdem sie sich erst schon theatralisch schockiert über das Frühstück geäußert hatte, What? No scrambled eggs? No bacon? begann unsere Diskussion über die erste Etappe. Sie erzählte und erzählte, wie fit sie sei, wie oft sie generell wandern gehe, dass sie ja auch Diätcoach sei und dass sie alles eingepackt habe, was man so brauchen könnte. Und dann, in einem Nebensatz, wurde noch beiläufig hinzugefügt, dass sie ihre Unterkunft schon reserviert und den Rucksack bereits beim Gepäcktransport aufgegeben hatte. Ach so, ja klar. Muss ich sicherlich nicht erwähnen, dass sie gar nicht nachvollziehen konnte, wieso ich meinen Rucksack gerne selbst tragen möchte. Aber gut, das Geschäft mit Bettenreservierungen und Gepäcktransport boomt und nervt mich schon, bevor mein Pilgerweg überhaupt begonnen hat. Aber nun ist es also soweit. Es kann losgehen. Ich bin aufgeregt und voller Tatendrang. Pah, so ein Berg wird mir doch wohl nichts anhaben können. Ich trinke noch schnell ein Gläschen Orangensaft, stopfe mir eine Madeleine in die Hamsterbacken und schultere mein Backpack. Den Weg aus der Stadt heraus habe ich am Vortag bereits genauestens unter die Lupe genommen und trabe einfach mal immer geradeaus. Irgendwann soll es links bergauf gehen. Ja, naja. Die Abzweigung verpasse ich natürlich. Nicht weiter verwunderlich, zumal mein Tatendrang um halb sieben Uhr morgens noch nicht so ganz gegen die Müdigkeit ankommt. Mir fällt das allerdings auch erst auf, als ich schon ein ganzes Stück die Hauptstraße entlang gelaufen bin, es angefangen hat zu regnen und ich mit meiner Handy-Tischenlampe um mich herum leuchten muss. Bin ich hier wohl richtig? Mittlerweile habe ich ziemliche Angst, von einem der Autos erfasst zu werden, denn es gibt keinen Weg mehr und ich quetsche mich auf den Seitenstreifen, wo ich bei Gegenverkehr regelrecht um mein Leben bange. Nee, da läuft doch irgendwas falsch. Mit einem Blick auf Google Maps, verdammt, direkt gecheatet, ist klar, ich hätte vorher abbiegen müssen. Allerdings würde der nächste Weg nach ein paar Kilometern wieder mit dem Camino zusammenlaufen. Alles gut also. Die Wettervorhersage hat am Vortag von Regen ab 10 Uhr gesprochen. Ich wollte also unbedingt vorher in Horizont ankommen. Dort, nach den ersten acht Kilometern, endet nämlich der steilste Aufstieg der ersten Etappe und ich war mir sicher, dass danach alles besser werden würde. Naja, Pustekuchen. Erstens hat es ja schon vorher geregnet, zweitens ist der Aufstieg hinter Horizont zwar nicht mehr so steil, dafür aber stetig und unerbittlich. Als ich bei Unto wieder auf den echten Camino stoße, ist mir das schon klar, bevor ich die Wegmarkierungen zu Gesicht bekomme. Während ich vorher noch durch die komplette Stille gewandert bin, sehe ich nun alle paar Meter andere Pilger. Manche sind hochmotiviert, andere japsen schon jetzt unaufhörlich vor sich hin. Die ersten Flüche kommen auf. Eine junge Russin überholt mich alle zwei Minuten erneut, denn in etwa demselben Rhythmus muss sie Duckface-Selfies von sich schießen. Der Regen hat kurzzeitig nachgelassen und ich komme mit John, einem Australier aus Perth, ins Gespräch. John ist zwar sicher schon locker jenseits der 60 anzusiedeln, aber vermutlich fitter als ich. Wir unterhalten uns ein bisschen, wandern ein Stückchen zusammen und reden uns gegenseitig ein, dass dieses verdammte Horizont doch nun wirklich nicht mehr so weit entfernt sein könne. Nebel, Nebel und noch mehr Nebel. Von dem ersten Teil des Aufstiegs kann ich noch ein paar Fotos schießen. Danach ist Schluss mit lustig. Alles in allem bei gutem Wetter eine außerordentlich schöne Wanderung durch die Bergeinsamkeit der Pyrenäen, hieß es in meinem Wanderführer. Ja, mag sein. Bei Regen aber eine außerordentlich beschissene Wanderung mit unzähligen Mitleidenden. Nix Einsamkeit, nix Sonne. Auch nix Allgäu, mit dem die Pyrenäen oft verglichen werden. Gefangen in meinem 50 Meter Sichtradius kann ich maximal noch eine Ähnlichkeit mit den mystischen Landschaften Schottlands ausmachen. Mehr ganz sicher nicht. Plötzlich taucht, wie aus dem Nichts, ein gigantischer Baum von mir auf. Der Nebel ist so dicht, dass ich ihn nicht gesehen habe, bis ich wirklich kurz vor ihm stehe. Meine Vliesjacke, die schon seit meiner ersten großen Reise nach Australien mein treuer Begleiter ist, schlägt sich tapfer und der gesamte Regen perlt an ihr ab. Als ich Horizont endlich erreiche, schüttet es schon wieder aus Eimern. Pause? Ne, muss nicht sein. Mit meinen klebrigen Sachen will ich mich nicht in die Gaststube setzen. Also hocke ich mich draußen mit maximal fünf Zentimetern meines Hinterns auf einen nassen Stuhl und packe mein Sandwich aus. Und packe es nach drei Bissen wieder ein. Irgendwie kein Hunger. Und irgendwie will ich auch einfach nur weitergehen und das Ganze zügig hinter mich bringen. Noch schnell eine Banane aus der Schale befreit. Weiter geht's. Ich weiß gar nicht, wie lange ich einfach nur stumpf geradeaus beziehungsweise bergauf latsche. Gefühlt sind es mindestens fünf Tage. In der Realität, naja, in etwa zwei Stunden. Mein Handy habe ich inzwischen ganz unten in meinem Rucksack verstaut, denn das Raincover für das Backpack hält alles trocken und es ist durch die Nässe mittlerweile sowieso unmöglich, über das Smartphone-Display zu wischen. Der Regen perlt von meinen Wimpern und klatscht in dicken Tropfen vor mir auf den Camino. Und dann, ganz plötzlich, eine Fata Morgana? Da steht doch am Wegesrand tatsächlich ein kleiner Foodtruck und verkauft Snacks und Getränke. Unter einer Markise. Die kalten Getränke finden nicht unbedingt viele Abnehmer. Kaffee und Co. hingegen sind regelrechte Kassenschlager. Ich genehmige mir einen Becher heiße Schokolade und krame mit zittrigen Fingern noch die Postkarte aus dem Rucksack, die ich gestern für meine Großeltern geschrieben habe. Morgens in der Eile habe ich nämlich vergessen, sie in den Briefkasten zu stopfen. Und die französische Briefmarke wird mir am nächsten Tag in Spanien nicht mehr wirklich nützen. Der nette Verkäufer verspricht mir, sie nach Feierabend für mich einzuschmeißen. Mal schauen, ob sie den Weg zu ihren Adressaten findet. Ich kämpfe mich weiter vorwärts und bleibe kurz vor dem Gipfel für ein paar Sekunden stehen, um zu verschnaufen. Meine Fresse. So etwas habe ich in der Tat noch nie gemacht. Wir auf Kommando ziehen in dem Moment drei Amerikanerinnen vorbei, die mich mit einem Don't Stop Now zum Weitergehen animieren wollen. Ein Blick genügt. Kein Rucksack auf dem Rücken, dafür aber jede Menge Arroganz im Blick. In Gedanken fahre ich meinen Mittelfinger aus und rufe ihnen ein angepisstes Fuck you bitches hinterher. Natürlich nur in Gedanken. Vorbei jegliche Tiefenentspannung, für alles andere bin ich auch viel zu erledigt. Als ich endlich auf dem Gipfel angekommen bin, bin ich der festen Überzeugung, dass es jetzt ja nur noch besser werden kann. Klarer Fall von Irrtum. Der Regen hat die Wege zu rutschigen Pisten werden lassen und absolut jeder kommt hier gefährlich ins Straucheln. Das in Kombination mit dem hohen Pilgeraufkommen und dem extrem steilen Pass sorgt dafür, dass ich mir ausmale, was passieren würde, wenn jetzt ganz oben jemand den Halt verliert. Domino Day und zwar ein ganz gewaltiger. Da helfen dann noch keine Wanderschuhe und keine Stöcke mehr. Wer hier wegrutscht, ist ganz sicher verloren. Der Abstieg zieht sich über mindestens zwei Stunden hin. Ich habe sämtliches Zeitgefühl verloren. Bei manch einem älteren Pilger frage ich mich später, ob er wohl überhaupt am Ziel angekommen ist. Ich bin inzwischen seit mindestens einer Stunde nass bis auf die Haut und selbst denen in perfekter Regenmontur geht es nicht großartig anders, denn das Wasser peitscht aus allen Richtungen. Und dann, nach insgesamt acht Stunden, stehe ich im Kloster von Roncesvalles in der Schlange, im Flur, bei Durchzug und warte auf ein Bett. Die meisten Zimmer im Kloster sind richtig schön. Als ich endlich an der Reihe bin, werden allerdings die letzten Betten im Keller vergeben. Aber mir ist mittlerweile alles egal. Ich ziehe mir trockene Klamotten an, rolle mich auf meinem drahtigen Stockbett ein und starre die Wand an. Schlimmer kann es sicher nicht werden.